Ja, wie soll es äußerlich gehen, wenn sie blind ist? Ah ja, sie kann anfassen. Was kann sie anfassen? Dein Kopf? Ja, lang, lang. Balkan, bitte. Ah, du kommst aus dem Balkan. Kroatien. Ja, Kroatien. Ja, Kroatien. Ja, ich kann mich nicht mehr auf den Kopf. Okay, okay, okay. Hey Leute, was genau habe ich mit einem Polktopschliessen mit einem erneuten Video, motherfuckers? Ey, ey. Ohne Scheiß, ihr kennt ja mein letztes Video. Ich habe da drei Leute dick verarscht, ey, da mit meinen Russen Voice Changer. Und ich habe es nicht aufgelöst, dass ich die verarscht habe. Und dachte, ach komm, weißt du was? Ich join einfach mal rein, ja? Ey, die Reactions waren einfach viel zu wild, Mann, ohne Scheiß. Es war einfach viel zu lustig, Mann. Könnt euch auf jeden Fall definitiv mal das Video, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall definitiv ein Like da. Wollt ihr, wenn ihr nicht abonniert habt. Und folgt mich auf jeden Fall auf Twitch, denn ich bin jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag live auf Twitch, um 19.30 Uhr und wir sehen uns auf ganz entspannter Basis im nächsten Video und im nächsten Stream. Peace out. Ich habe euch vermisst, meine Freunde. Ich habe jeden Tag, dass die Gönnen in der Kabine... Ich habe euch vermisst, meine Freunde. Ich habe euch vermisst, meine Freunde. Ich bin kein Ding, ich bin kein Gegenstand, du kannst es nicht sagen, ich habe gefunden, du musst sagen, ich habe diese motherfucking Klingelert, ey. Also, ich werde euch zeigen, wie man Fortnite spielt. Er geht zu Kiosk, er geht da hin und sagt ihm, gebt mir euer bisschen Vodka. Er geht da hin, kauft beste Vodka, geht nach Hause und nehmt einen normalen Glas, keinen Shotglas. Ihr nehmt einen normalen Glas, ihr trinkt zwei Schlucken, legt daneben und dann zockt ihr. Und dann, wenn ihr stirbt, trinkt ihr. Irgendwann ist Glas leer und dann stirbt ihr nicht mehr. Dann seid ihr gut. So habe ich jetzt gemacht und jetzt werdet ihr sehen, ich rasiere jetzt alles. Grupa Luca ist mit Deiner zusammen, die ist blind. Aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Wahre Liebe ist nicht äußerst, ist innerlich. Aber das Problem bei mir ist, ich mag viele Frauen. Ja, wie soll es äußerlich gehen, wenn sie blind ist? Ah ja, sie kann anfassen. Was gibt ihr anfassen? Dein Kopf? Ja, Longschlung. Und wenn nicht gefällt, dann tschüss. Das ist die einzige Erklärung, die die Frau machen kann. Jetzt bei dem Situation, ja. Aber anscheinend hat er Longschlung und dann ist sie bei ihm geblieben. Du weißt. Luca, hast du Longschlung? Er hat Longschlung, ich kann, ich kann, ich kann erahnen. Ich wollte sagen fühlen, aber das wäre nicht gut. Luca, habt ihr euch schon kennengelernt? Ja, ja, ja. Er weiß jetzt schon, dass ihr einen Longschlung habt. Was ist, was? Ihr habt mein Segen, ihr könnt heiraten, gar kein Problem. Ich kann euer, 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 du weißt, ich kann euch anheiraten. Ich weiß nicht, deutsche Wort, ich weiß nicht. Er ist einfach, er ist einfach der Priester. Zuerst mache ich aber anders. Ich mache es so, dass ihr zuerst Lippen in Vodka tumpft und dann küssen. Ey, ey, Luca, weißt du, als er arbeitet, arbeitet in, ähm, in Dings, in seinem kleinen Ort, arbeitet er als Psychologe. Ja, 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 ich kann euch eine Story erzählen. Ich war in Hamburg, ja, ich war in Hamburg, ja. Okay. Oh, das war, das war ganz schlimm, das war ganz schlimm. Der hatte Traumer gehabt. Ah, wenn ich schon daran zurückdenke, tut mir mein Longschlung weg. Er hatte, äh, Liebes, Liebeskummer gehabt, du weißt. Oh, ja, das ist schlimm. Das hatte Luca auch bei seiner, äh, behinderten anderen Freundin. Problem war, er, er konnte nicht von dieser wunderschönen Frau hinwegkommen. Die Frau war wunderschön, aber du weißt, er konnte nicht hinwegkommen, er konnte aber auch nicht andere Frauen beglücken, du weißt, er konnte nicht. Und irgendwann mal ist, sind seine Hoden fast explodiert und dann, keine Ahnung, er hat Liebe zu Auto gefunden und dann hat er seinen Longschlung in das Auto reingesteckt und dann sind alle in den Blaus gefangen. So, und dann hat er auf einmal so, äh, Eier gehabt, ein Ei so dick wie mein Faust. Ich, ich, hab er dann, äh, du weißt, äh, bisschen Beistand gehalten, weil, weil ihm war unangenehm. Er hat das nicht bei sich gemacht, er hat Parkplatz gemacht, öffentlicher Parkplatz. So, und dann haben Leute ihn, äh, gesehen, wie er stecken geblieben ist. So, und das war für ihn, weißt du. Wo hat er das denn reingesteckt? Öffentlicher Parkplatz. Ja, aber ins Grund, in welch? In Auto, in Auspuff von Auto. In Auspuff von Auto. So, und jetzt müsst ihr verstehen. Jetzt müsst ihr verstehen. Der Traum hat gehabt und ich musste ihm ein bisschen mit Vodka-Therapie und so, du weißt. Hello? Ah, hello, 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 hello. Hello, my friends, how are you, my friends? Ah, mein Name, mein Name. Oh, very nice, very good, very good. Oh, very nice, very good, you guys come from here. Oh, yes. Yeah, you come from, yes, a very good land, very good land. I know this land, I was there. Yes, where are you from? I'm from Russia, my friend, Russia. Russia, good land. Oh, Russia, 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 yeah, yeah, yeah. So, are you good at this game? No, very bad. Are you very bad? No, no problem, I'm Russian TV, they call me Russian TV. No, I'm pro. Yes, 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 yes. Nice, man. Yes, yes, I'm pro player, no problem, I'm pro player. I can carry you. I put you in my box. Nice. Yes, 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 in my box. But, but remember, but remember, guys, hear me closely, but remember, enemies are always behind books. Okay, so, do you guys have a shotgun? Do you need a shotgun? I have a shotgun. I have, I have, can I shake off my friends here. Oh, you do, here, I have here. Yeah, 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 very nice, very nice. Oh, thanks, thanks. No problem, my friend. We will win, is my friend. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. How old are you, my friend? Sixteen. Sixteen years old. Oh, very good, very good. I'm, I'm fourteen. Is it today's Monday? Ah, you come from Germany. Then talk to me. I can do German. I don't have a problem. I'm multi-culti, my friend. I'm multi-culti. Yes. So, from which city comes here, my friend? Munich. Munich. Oh, very cheap, very cheap. I've heard, cheap, cheap. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. But it's a good country, good country. Yeah, but yeah. It's a good country. It's a nice country. I've heard, I've heard, I've heard for a nice country. No, 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 no. Oh, don't be right. Balkans better, you know? Balkans better. Balkans better! Oh! I... I... You... You come from Balkan? Croatia. Croatia? Oh my friend, I can't see you anymore. I'm a problem, I can't see you anymore. It's a problem, okay, okay, okay. Thank you, thank you, thank you, yes. Ja, ich bin der Mann. Ich hab dir gesagt, ich kann Mutti-Kutti. Du weißt, ich kann alles. Hallo, hi, bester Spieler. Oh, hallo. Wie geht es dir? Kannst du Deutsch sprechen, Habib? Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Gar kein Problem. Gar kein Problem, mein Freund. Wo kommst du her? Ähm, Albanien, Bruder. Du? Du kommst Albanien. Ich komme Russland, mein Freund. Ich komme Russland, Bruder. Bruder. Bist du gut in Deutsch? Nicht in Deutsch, aber bist du gut in Warfare, mein Freund. Ja, Mann, du? Ich bin gut. Man nennt mich Russian TV. Ey, Bruder. Guck mal, Digga. Du siehst doch auch meinen Namen. Beste Spieler. Beste Spieler. Ja. Bruder, ich sehe, ich sehe. Du bist beste Spieler. Ah, ich sehe, ich sehe. Ich bin, ich bin. Ich sehe. Du bist gut. Du bist gut. Ja, ich kann riechen. Ich kann riechen. Ich kann riechen. Du kannst gut riechen. Ich kann sehr gut riechen, aber es stinkt ein bisschen. Du musst waschen. Bruder, du kannst gut riechen, ja? Du bist irgendwie wie ein YouTuber, Bro. Ich bin kein YouTuber, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ehrenamtlicher, ehrenamtlicher. Du hast fast 3K-A-Boots. Du hast fast 3K-A-Boots. Ich bin echt nicht. Ich bin echt nicht. Schwör. Schwör, Bruder. Der bist du. Uns geht. Bästich gland. Los geht's.